Koordinatensysteme sind dafür da, um zu beschreiben, wie ein Punkt mithilfe einer x- und y-Koordinate dargestellt werden kann. Das weitläufig bekannteste Koordinatensystem ist das kathesische Koordinatensystem. Dieses lernt man vor allem bereits in der Schulmathematik. Für die Bestimmung von Punkten verwendet aber das SVG-Element, also die Arbeitsfläche, in der D3 sich bewegt, etwas andere Konzepte. Welche Konzepte das konkret sind, werde ich Ihnen nun im Laufe dieses Videos anhand von Beispielen illustriert vorstellen. Zunächst einmal sollte man sich also das klassische Koordinatensystem vor Augen führen. Hier gibt es eine x-Achse, die horizontal verläuft, und eine y-Achse, die vertikal verläuft. Die vier durch diese achsengetrennten Segmente bezeichnet man als 1. Quadranten, 2. Quadranten, 3. Quadranten und 4. Quadranten. Abhängig vom jeweiligen Quadranten unterscheiden sich also auch die Vorzeichen der Werte für x und y. Beispielsweise der Punkt 2,1, also x-Koordinate 2 und y1, wäre im ersten Quadranten. Da also die y-Achse nun unterhalb der x-Achse negativ verläuft, wäre also der Punkt 2,1 im vierten Quadranten. Es handelt sich um einen positiven x-Wert und einen negativen y-Wert. Dieses Konzept lässt sich so aber nicht auf SVG-Elemente anwenden. Generell kann man annehmen, dass ein SVG-Element sich im vierten Quadrant befindet. Das heißt, die positiven Werte der x-Achse verhalten sich wie erwartet. Das gilt so allerdings nicht für die y-Achse. Bei der y-Achse ist in diesem Koordinatensystem der Nullpunkt hier. Dabei hat sich insofern nicht viel verändert. Doch statt hier eine negative Zählung nach unten zu beginnen, wachsen die Werte von diesem Nullpunkt nach unten hinweg. Vergleichbar wie die y-Achse sich hier oben verhalten würde. Also der Punkt y plus 1 ist also hier, y plus 2, dann hier und so weiter. Um das Ganze mit dem eigenen Weltverständnis zu vereinigen, kann ich mir nun vorstellen, dass ich auch einen Punkt 2,1 innerhalb des SVG-Elements ähnlich wie im ersten Quadranten habe. Denn so stellt man sich üblicherweise die Koordinaten eines Punktes vor. Würde ich nun allerdings die y-Koordinate mit 1 bestimmen, so wäre mein Punkt statt hier unten hier oben. Aus genau diesem Grund verwendet man hier die Angaben, von denen man sicher sein kann, dass man sie hat. Zum einen weiß man also, sobald man seine Arbeitsfläche initialisiert, wie breit diese ist. Diese Angabe ist zwar hilfreich, hilft uns aber nicht, um das Problem mit der y-Koordinate zu lösen. Außerdem weiß man, wie hoch die SVG-Fläche ist. Und genau diese Angabe hilft uns dabei, die korrekte y-Koordinate zu bestimmen. Ich weiß also die Höhe meines SVG-Elements und kann von dieser Höhe nun also meinen Punkt minus 1 abziehen, womit meine y-Koordinate genau auf dem Punkt ist, der für mich typischerweise auch im ersten Quadranten liegen würde. Auf ein Beispiel angewendet heißt das nun, dass ich hier zunächst eine Seite habe, die d3 einbindet und eine Datei-Script.js. Innerhalb der Datei-Script.js erzeuge ich nun eine SVG-Arbeitsfläche mit einer gewissen Breite und einer gewissen Höhe. Außerdem spezifiziere ich eine Menge von Kreisen anhand von Standardwerten. Diese Kreise füge ich nun meinem SVG-Element hinzu und bestimme dessen Koordinaten für den Mittelpunkt des Kreises CX und CY und dem entsprechenden Radius. Konkret heißt das also im Browserfenster, dass sich hier mein roter Kreis befindet. Aktuell verwende ich die Koordinate y70. Das bedeutet, der Mittelpunkt meines Kreises befindet sich genau 70 Pixel von oben entfernt. Sollte ich diesen Wert nun auf 0 setzen, so befindet sich der Mittelpunkt meines Kreises genau auf meiner x-Achse. Sollte ich mir nun wünschen, dass dieses Konstrukt genau umgekehrt ist, ich also meine Oberfläche von hier unten betrachten kann, so kann ich innerhalb der Berechnung meiner y-Koordinate die Höhe meiner Arbeitsfläche benutzen, um die tatsächliche y-Koordinate zu berechnen und dadurch meine Daten nicht zu verändern. Sollte ich mir zusätzlich noch wünschen, dass beispielsweise mein Radius dafür sorgt, dass der gesamte Kreis hier angezeigt wird, kann ich auf Basis dessen Wert, also d.r, eine Subtraktion durchführen. Wichtig ist hier die Subtraktion, denn schließlich möchte ich, dass meine y-Koordinate weiter nach oben gezogen wird. Rückblickend haben wir uns also zuerst mit dem kathesischen Koordinatensystem auseinandergesetzt. Dabei waren relevant die vier Quadranten, die ein kathesisches Koordinatensystem beschreiben. Das SVG-Element würde sich typischerweise im vierten Quadrant einordnen lassen. Nichtsdestotrotz verwendet es für die Konzepte der y-Achse keine negativen Werte. Um also eine Punktbestimmung auf der y-Achse korrekt durchzuführen, verwendet man üblicherweise die Höhe der Arbeitsfläche und zieht den Punkt davon ab. Daraus ergibt sich eine Sicht, wie man sie typischerweise auch im ersten Quadranten haben würde. Beispielhaft haben wir uns das Ganze anhand von Kreisen innerhalb eines Koordinatensystems angeschaut. Konec. 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 Untertitelung des ZDF, 2020